ja außen und dienst oder mache ich bin ich sie mich zur konsole ja ich höre sie hier spricht von der station werden angegriffen die wollen das blutswerte artefakt dass sie von dem halo haben woher wissen sie davon doktor sie müssen dieses artefakt bis zu unserer ankunft schützen schicken sie wissen sie was das heraulassende ist unserer ersten schachpartie gesagt kotana sogar ich nenne ihn nicht mehr bei seinem namen und ich habe sowas auf dem rechner okay ich bin gespannt es tut mir leid ich kann sie nicht aufhalten es ist als würden tage von mir sich gleichzeitig schlumpen dr tilsen sind sie da oh gott sei dank als ihr signal abriss dachte ich doch hören sie mir zu sie müssen die evakuierung der station einladen das haben wir versucht die allianz hat bereits die landungsbuchten übernommen die sind ihre koordinaten ich kümmere mich dann auf dem weg zu ihnen um eine evakuierungsroute ich will da rein springen und so endet die geschichte vom erzähl nochmal tut mir leid ich kann sie nicht aufhalten es ist als würde tage von mir sich gleichzeitig schlumpen dr tilsen sind sie da oh gott sei dank als ihr signal abriss dachte ich doch hören sie mir zu sie müssen die evakuierung der station einladen das haben wir versucht die allianz hat bereits die landungsbuchten übernommen die sind ihre koordinaten ich kümmere mich dann auf dem weg zu ihnen um eine evakuierungsroute was haben wir hier hologramm und hologramm wo denn hinter der wand denn ich finde es schön dass sie die kleinen aber mitspielen lassen wissenschaftler ich schieße mich also einfach wissenschaftler leber ja 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 ARD Text im Auftrag von Funk Spannende Und hier? Hier nicht. Aber hier oben vielleicht. Da komme ich gerade her. Da hinten ist der Heldor übrigens. Dann wollen wir nochmal hier durchrennen und runterfallen. Ich könnte mich ja hier nochmal mit dem Schrotgewehr durchprügeln. Können wir die Allianz irgendwie aussperren? Mit Landebuchtsteuerung könnten wir eine Barrikade in der Bucht aktivieren, aber wir müssen sie zuerst finden. Ich bin näher, Tricks! Ich brauche eine bessere Schusslinie! Munition! Ich brauche mal, Tricks! Ich brauche них! Was ist das? Ich muss hier irgendwas kennenlernen. Da ist sie! Fahren sie die Barrikade aus! Dr. Terzen, Bruch Sie ist gesichert. Wir bewegen uns jetzt noch nicht zu. Der Tod ist in Not. Wahrscheinlich? Nein, gut. Können wir die Allianz irgendwie ausklafen? Über die Landebuchtsteuerung könnten wir eine Barrikade in der Bucht aktivieren, aber wir müssten sie zuerst finden. Scheiß Sie! Fahren Sie die Barrikade aus! Dr. Terzen, Bruch Sie ist gesichert. Wir bewegen uns jetzt noch nicht zu. Wirklich das? Das ist unglaublich. Nein, nein, nein. Danke sehr. Das war unglaublich. Ja, glaubst du nicht. Genau nicht vergessen. Wir sind vor einer Ohne hose, nicht schwer. Wieso? Wir sind auf einer Ohne. Wir gehen auf einer puesen Zettung. Wir sind nicht der Zaun. Das ist der Momentum. um in Munitionswurst zu werden. Und deswegen sterbe ich beim Multiplayer dauernd. Was denn? Was denn? Was denn? Oh, come on. Der Didaktiker weiß nicht, wo der Erzeuger ist. Nur, dass er sich auf der Station befindet. Noch mehr. Oh, das nicht mehr. Feuer erst! Ah, da ist eigentlich kein Erzeuger. Ah! 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 Ich bin schon wieder auf dem Weg, ich bin schon wieder auf dem Weg, ich bin schon wieder auf dem Weg. Oh, wir sind sogar richtig gelaufen, cool. Wenn er jetzt scannen kann, kann der nicht. Hey! Schieß weiter auf sie! Stecke fest! Hilfe! Los! Wir fehlen vom Imperativ, mit ihnen. Sterb ihnen! Geht! Die höre nicht auf! Sie ist falsch! Wir sollten Schutz rufen! Die Löwen! Die Löwen! Die Löwen! Ich tujte! Ich tujte! Oh, 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 oh. Könntest du bitte das gespeichert haben, das ich den ersten erledigt habe? Ja. Hast du wenigstens die Waffe verloren? Nö. Ja. Klingt, als würde da draußen die Welt untergehen. Gut sehen. Cortana, Türsteuerung. Tilson ist hinter der Tür da drüben. Dann hätten wir das auch geschafft. Ich hoffe wirklich, dass Sie wissen, warum all das hier passiert. Nö, kann schon mal. Wenn, um ehrlich zu sein, ist mir meine Objektivität im Moment keine große Hilfe. Warten Sie. Ich bringe uns runter. Die Vorrichtung, die Sie entdeckt haben, ist eine alte Blutsfelderwaffe. Der Kommande dieses Schiffs will Sie zurück. Will Sie zurück? Sie glauben, dass Sie ihn wegbringen? Er kann hier nicht weg. Das wissen Sie, oder? Wir haben keine Wahl, Doktor. Ja. Darum geht's doch gar nicht. Wir haben drei Monate und das größte Schiff der UNSC gebraucht, nur um ihn hierher zu bringen. Solange Sie nicht sehr viel stärker sind, als Sie aussehen, geht er nirgendwohin. Können Sie Cortana Zugang zum Vorratsverzeichnis geben? Wozu? Wenn wir den Erzeuger nicht bewegen können, müssen wir sicherstellen, dass es der Didaktiker auch nicht kann. Moment mal. Wir haben hier Jahre an Arbeit investiert. Im Inventar sind sieben Havoc-Ausgrabungsminen. Nur eine von denen verwandelt die Basis in Schweizer Käse. Tut mir leid, Doktor. Fahren Sie mit der Evakuierung fort. Wenn wir uns um den Erzeuger gekümmert haben, bleibt Ihnen nicht viel Zeit. Wir... ...werden die Sprengköpfe so einstellen, dass Sie sie aus der Ferne zünden können. Könnten Sie uns bei Ihrer nächsten Rettung... ...etwas Zeit zum Packen geben? Nein, es ist das mal. Ja, nur. Ich muss jetzt von irgendwo hin, ne? Oh Gott. Ich muss jetzt von irgendwo hin, ne? Ah, das ist das Ding also. Doktor, was war das? Die Allianz... Die Allianz hat das erste Evakuierung-Shuttle abgeschossen. Die Station sollte über Geschütztürme verfügen. Wenn wir sie reaktivieren können, kann ich sie dazu umprogrammieren, der Evakuierung Feuerschutz zu geben. Okay. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wir haben den Befehl, die Allianz von dem Artefakt fernzuhalten. War ohne Wenn und Aber. Gott, er schützt hier sichert die Flanken. Ja, Sir. Oh. Rettball. 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 Okay. Oh, Munition. Ich kann damit Ladung löschen. Rettball. 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 Kennen wir uns? Danke, dass die Tür auch was? Officer, die Tür hinter mir versiegelt. Ja, Sir. Sehr eindrucksvoll. Dein einzigartiger Helstsmotum wird konserniert und stabiliert, sobald deine Erzeugung voll unbütt ist. Meine Erzeugung? Der Energieverlust hat alles automatisch abgeriegelt. Suchen Sie einen Wartungsschacht. Ein Wartungsschacht? Ja. Das war aber nichts mehr Wartungsschacht hier. Ich bin ein Wartungsschacht. Vielen Dank.